Die Roots Amerika macht zurzeit eine Identitätskrise durch und ich stelle fest, dass der Hip-Hop hier in Europa und sogar in Japan eine festere Basis hat. Sämtliche Elemente des Kapitalismus haben sich inzwischen in den Köpfen der Plattenindustrie festgesetzt. Die Leute, die die Musik machen, geraten dadurch zusätzlich unter Druck. Und es ist, als ob sie ihr Produkt nur noch verkaufen können, indem sie fantasieren über ihr Schloss, ihr Haus oder ihr Auto. Das ist im Hip-Hop nichts Neues. Vor zehn Jahren trugen die Leute Goldketten und heute eben Brillanten und Rolex-Uhren. Es ist im Prinzip dasselbe. Nur sitzen die Kids heute dem Missverständnis auf, dass man an diese Dinge leicht und schnell rankommt und nur wissen muss, wie. Wenn man denen nicht klar macht, dass man hart arbeiten muss, um zu so einer diamantenbesetzten Rolex zu kommen, dann ist das problematisch. Bei dieser Version von You Got Me werden die Roots ausnahmsweise von der englischen Sängerin Chesere begleitet. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018